Hi, ich bin Gina von den Avancen Archives. Auf unserem YouTube-Kanal Kein Thema, fragen wir uns, was die Nazi-Zeit heute noch mit uns zu tun hat. Deshalb haben wir verschiedene Formate entwickelt, zum Beispiel Nazi-Deutsch für AnfängerInnen, Keine Geschichte und Deutschland vs. Drittes Reich. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt euch durch die Videos, kommentiert und teilt sie auch und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.